Übermorgen. Dein Podcast von InsideDigital. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Übermorgen an einem Samstag. Denn in dieser Folge machen wir was ganz Neues. Unsere Gespräche im Podcast, die sind ja oft lang und wirklich spannend. Aber weil wir euch das Wichtigste in unserem Podcast präsentieren, dann fallen deshalb manche tiefergehende Teile einfach raus. Deshalb gibt es jetzt hier für alle den Deep Dive mit dem gesamten Gespräch. Alle reden über künstliche Intelligenz. In fast jedem Bereich spielt KI eine Rolle oder wird zukünftig eine große Rolle spielen, auch bei der Cyberkriminalität. Es gibt eine stetig wachsende Bedrohung durch KI-Angriffe. Wie können wir uns vor Phishing und Malware, also schädlicher Software, schützen? Oder auch die, die US-Attacken, Daueranfragen die ganze Systeme lahmlegen sollen? Darum geht es jetzt im Gespräch mit einem Experten vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Ich bin Johanna und viel Spaß beim Gespräch in voller Länge. Freu dich auf morgen, aber sicher. Das ist das Motto unserer heutigen Folge und deshalb ist Janis Wonschik in dieser Folge dabei. Janis, der arbeitet beim Landeskriminalamt in Mainz und ist dort Experte für alle Fragen rund um Cyberkriminalität. Hallo Janis. Danke für die Einladung. In Rheinland-Pfalz, habe ich gelesen, gibt es ja allein mehrere neue Cybercrime-Kommissariate und auch eine Taskforce zum Thema Cyberkriminalität. Da wurde also ziemlich aufgestockt. Wie hat sich denn die Lage in Bezug auf Cybercrime in den letzten Jahren verändert? Die Lage, wie man sich denken kann, ist natürlich stark gestiegen. Besonders relevante Phänomene sind hier Ransomware und DDoS-Angriffe, die natürlich aufgrund der hohen Profitabilität immer weiter zunehmen. Wir hatten jetzt 2023 einen gesamten Schaden von 205 Milliarden durch Cybercrime. Und also bundesweit, das zeigt sich aber natürlich auch in den Ländern. Da war es von Seiten des Landeskriminalamts so eine adäquate Reaktion, da sich ordentlich für aufzustellen und mehrere Einheiten zu begründen, die sich damit befassen. Also der Schaden klingt ja wirklich immens. Wer ist da am meisten betroffen von? Am meisten betroffen von Cybercrime ist im engeren Sinne. Also wo es tatsächlich auf Angriffe auf Daten und Datenstrukturen und Technik geht, sind die Unternehmen. Da gibt es am meisten Geld zu holen. Da ist die höchste Motivation für Täter und dementsprechend auch die größte Betroffenheit. Wie ist denn deine konkrete Aufgabe in dem Cybercrime-Kommissariat? Was machst du denn in deiner täglichen Arbeit eigentlich? Meine reguläre tägliche Arbeit ist Ermittlungen. Also wenn Fälle reinkommen, die wir für relevant genug beachten und die uns betreffen und die Expertise erfordern, dann werde ich da als Ermittler dran gesetzt und bin dann mit der Aufklärung der Fälle beschäftigt. Ist Prävention denn auch so ein Punkt? Also sowas wie heute ein Gespräch ist ja, geht ja in die Richtung Prävention. Aber ist das bei euch auch ein Thema? Absolut. Wir haben bei uns die zentrale Ansprechstelle Cybercrime angegliedert. Die ist, jedes Land hat eine eigene und es gibt auch noch eine bundesweite Zentralstelle. Die steht vor allem Unternehmen beratend zur Seite und auch als zentrale Ansprechstelle dann natürlich, wenn was passiert. Befasst sich aber auch mit Prävention und Absicherung. Wir wollen auf jeden Fall auf dieses Thema auch noch kommen. Vor allen Dingen auch nicht nur im unternehmerischen, sondern auch im privaten Bereich für alle, die jetzt zuhören. Inwieweit werden denn diese Cyberangriffe durch zum Beispiel auch künstliche Intelligenz intelligenter? Künstliche Intelligenz bietet natürlich große Vereinfachungs- und leichtere Einstiegsmöglichkeiten in diverse Themen. Es ist ja durchaus bekannt, dass man mit KI Code generieren kann. Das lässt sich natürlich dann auch auf Malware beziehen, also auf schlechten Code, der für Eindringen gedacht ist. Konkret, was da KI alles machen kann, wenn wir jetzt mal auf die Code-Aspekte eingehen, ist natürlich, dass es möglich ist, mit KI einen Grundcode so umzuverändern, dass er von Sicherheitssystemen nicht mehr aufgespürt wird. Das sind dann kleine Veränderungen, die an sich keine große Auswirkungen auf die Funktionsweise des Codes haben, aber eben dazu führen, dass er unter dem Radar von Erkennungsmechanismen fliegt. Des Weiteren, wenn man natürlich jetzt mal auf die Eintrittsvektoren schaut, also wie kriege ich überhaupt mein Malware-Code in ein gesichertes Unternehmen rein oder in ein gesichertes Netzwerk, spielt natürlich Phishing eine große Rolle. Und da ist natürlich die generative KI ein sehr großer Ansatzpunkt, eine sehr große Erleichterung für die Täter, wenn es darum geht, gefälschte Mails zu erstellen, die sich professionell anhören, in der Art, wie sie geschrieben sind, die professionell aussehen und die auch wirklich einfach authentisch rüberkommen. Kannst du mir noch ein paar Beispiele für solche intelligenten Angriffe außer Phishing geben? Also intelligente Angriffe zusätzlich zu Phishing ist natürlich, wenn man jetzt mal so weitergeht, der Business-E-Mail-Compromise, wo es darum geht, sich bei einer Konversation über E-Mail zwischen zwei Einheiten im Prinzip dazwischen zu schalten und die eine Seite zu ersetzen. Aber der anderen Seite gleichzeitig vorzuspielen, dass man immer noch die eine Seite ist. Da geht es dann häufig darum, das ist dann weniger im Bereich Ransomware benutzt und mehr im Bereich vom Betrug, wo es dann darum geht, Gelder zu sich zu ziehen und nicht zu dieser Einheit, die eigentlich auf der anderen Seite steht. Das heißt, das ist eigentlich immer noch der Mensch, der gehackt wird über eben technische Tools? Der Mensch spielt immer noch eine sehr große Rolle, absolut. Aber klassische technische Sicherheitslücken spielen da auch immer noch eine sehr relevante Rolle. Das sind vor allem einmal Schwachstellen in diversen Softwareprodukten. Was an dieser Stelle auch wichtig ist, ist sogenannte Supply Chain Attacks, wo nicht das Unternehmen an sich angegriffen wird, sondern ein Zulieferer des Unternehmens, also eine Zulieferung von Software. In dieser Software wird eine Schwachstelle erkannt und diese Schwachstelle kann dann ausgenutzt werden, um auf die Unternehmen zuzugreifen. Das ist ja auch was, was man runterbrechen kann auf den privaten Haushalt. Also zum Beispiel, wenn Haushaltsgeräte irgendwie vernetzt sind, man ein Smart Home zu Hause hat. Ich habe neulich gelesen, da wurde eine smarte Zahnbürste gehackt. Also ist auch quasi das große Unternehmen, runtergebrochen auf das kleine Haushaltsunternehmen, genauso gefährdet? Absolut. Besonders mit der zunehmenden Vernetzung und der Bewegung oder der Entwicklung ins Internet of Things, wo alles vernetzt ist und wo immer mehrere Haushaltsgeräte mit dem Internet verbunden sind, bestehen da natürlich große Gefahren. Die sind besonders im privaten Bereich weniger durch Phishing bedroht, sondern eher durch einerseits Schwachstellen und andererseits schwache Passwörter, die eben den Zugriff von außen auf Geräte erlauben. Du sagst jetzt, Hacking von einer IoT-Zahnbürste ist natürlich eine Möglichkeit. Was aber natürlich besonders betroffen ist, ist die Stelle im Heimnetzwerk, die natürlich nach außen kommuniziert und das sind die Router. Das ist nämlich das Problem, dass eben alles miteinander vernetzt ist. Also als ich darüber auch mit Freunden zum Beispiel gesprochen habe, dann ist da okay, gut, dann wird die Zahnbürste gehackt. Was will man mit der Zahnbürste? Aber kannst du mal erklären, was das Problem dabei ist, wenn man dort in das System eindringt? Das Problem ist ganz einfach. Also neben Ransomware, wie schon beschrieben ist, DDoS auch noch ein großes Thema. Also das Zuspammen von Seiten mit unnötigen Anfragen. Und die Rolle von IoT ist hier eine ganz große. Und zwar, dass diese Geräte, die eben gehackt werden, ja alle mit dem Internet verbunden sind und dementsprechend einmal benutzt werden können, um eben Anfragen an diverse Dienstleister zu schicken, die dann dazu führen, dass diese Dienstleister nicht mehr erreichbar sind. Wenn wir dann auch noch weitergehen und wir haben ein bisschen leistungsstärkere Geräte im Hain-Netzwerk, das ist dann vielleicht der Router, dann können diese natürlich auch als Tunnel benutzt werden oder als Hoster für Phishing-Seiten, die dann nicht so große technische Aufwände haben, aber wo eben dann Opfer hingeleitet werden. Das bringt eine ganz große Herausforderung mit sich, nämlich wenn man da in die Ermittlungen eingeht, hat man plötzlich nicht mehr den Täter auf der anderen Seite, sondern eben den Router von einem weiteren Opfer. Das ist nämlich auch meine Frage, wie geht ihr bei sowas dann vor? Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, nachher den Leuten auf die Schliche zu kommen? Gibt es auf jeden Fall. Da sind sehr viele Maßnahmen mit drin und die Ermittlungen sind definitiv komplex und unterteilen sich in mehrere Stufen. Es ist eben nicht mehr straightforward, so dass ich eine IP habe und damit direkt den Täter habe, sondern man muss dann weiterschauen, man muss sich die Server konkreter anschauen und immer weiter hinten reinschauen, was wer eigentlich tatsächlich dahinter steht. Wie erfolgreich ist das nachher wirklich? Die Ermittlungen brauchen ja dann ja wirklich sehr lange, wenn Server gar nicht erst antworten, wenn die vielleicht auch in anderen Ländern stehen. Also es ist ja unglaublich komplex und kompliziert. Daran muss man ja auch erstmal arbeiten, dass dann überhaupt auch Berechtigung, dass ihr Rechte habt, dass ihr mehr Auskünfte bekommt. Wie ist das aktuell in der Realität und würdest du dir da auch mehr Ermittlungsfreiheit wünschen? Also Ermittlungen zeichnen sich natürlich generell durch Herausforderungen aus und die Täter entwickeln sich dadurch auch natürlich immer weiter und das macht es für uns natürlich immer herausfordernder. Es gibt jetzt diverse Sachen, die unser Handeln vielleicht einschränken, die sind dann aber auch, gehe ich mal davon aus, abgewogen und abgestimmt, wenn ich da jetzt an die präventive Datenspeicherung denke. Okay. Ballonsakt. Ja, absolut. Was aber die Erfolgsmöglichkeiten angeht, besonders im Bereich Ransomware, ist es so, dass es häufig schwierig ist, an die Täter per se ranzukommen, wenn die irgendwo sitzen, wo die Länder halt nicht kooperieren. Was aber sehr wohl möglich ist, ist deren Server, Architektur zu identifizieren und anzugreifen. Da gab es auch, gerade, ich glaube, letzten Monat war das noch, die Logbit-3-Infrastruktur, wo dann auch zwei Täter festgenommen wurden. Kommen wir mal zu dem, was vielleicht vor dem Angriff hoffentlich noch vorgeschaltet ist, damit der gar nicht erst passiert. Wie kann man sich überhaupt schützen? Also es klingt alles bisher sehr bedrohlich. Ist das überhaupt, also muss man Angst haben, gerade für Menschen, die sich vielleicht auch nicht intensiv mit Technologie beschäftigen oder auskennen? Also ein Großteil von allen Angriffen kommt auf diese drei Eintrittsvektoren zurück. Das ist erstens Phishing, also der menschliche Aspekt. Zweitens Schwachstellen in der Software. Und drittens die Passwortsicherheit. Ich würde jetzt mal zwischendrin anfangen mit den Software-Schwachstellen. Hier ist es so, es gibt sogenannte Zero-Day-Schwachstellen. Das Merkmal dieser Schwachstellen ist, dass sie erst auffliegen, wenn sie sozusagen schon ausgenutzt werden. Unternehmen sind da regelrecht, also sind da im Allgemeinen stark hinterher, diese Maßnahmen zu patchen. Das Problem hier ist aber, dass diese Patches natürlich auch eingespielt werden müssen. Bei vielen Geräten, auch im IoT, passiert das automatisch. Falls nicht, ist es aber natürlich absolut wichtig, dass diese manuell dann angestoßen und runtergeladen werden. Wenn das nicht passiert, kann es über Jahre hinweg passieren, dass auch alte Schwachstellen ausgenutzt werden können und immer noch angreifbar ist. Dann zum dritten Punkt Passwörter und Passwortsicherheit. Besonders problematisch sind hier einmal zu einfache Passwörter, aber vor allem auch Passwörter, die vom Werk her bei diesen Routern zum Beispiel oder bei diversen Geräten eingestellt sind. Wenn ein Router geliefert wird, kann es sein, dass er Standard-Passwörter hat, die man braucht, um auf den Verwaltungsinterface zuzugreifen. Wenn diese Passwörter nicht geändert werden, ist es natürlich extrem leicht für Täter, weil die müssen dann einmal einfach nur rausfinden, was die Werkseinstellungen sind und haben plötzlich das ganze Netzwerk an Routern vor sich, was sie angreifen können. Dementsprechend ist es wichtig, die Passwörter hier zu ändern und dann auch auf sichere Passwörter dementsprechend zu achten. Das BSI hat da ganz gute Empfehlungen rausgebracht, für was sind sichere Passwörter. Und zwar haben die zwei Kategorien gemacht. Das ist einmal kurz und komplex. Kurz bedeutet bei denen ein Passwort mindestens acht Zeichen, aber mindestens vier Zeichenarten. Also Groß-, Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Die andere Variante, die auch jetzt, würde ich mal sagen, etwas neuer ist und auch etwas leichter zu merken, ist lang, aber simpel. Das heißt, man hat 25 Zeichen. Dafür reicht es dann aber aus, wenn man nur zwei Zeichenarten benutzt. Also da kann man dann zum Beispiel fünf Wörter hintereinander rein, die man sich selbst irgendwie mit einem lustigen Sachverhalt merken kann und ist ja eben nicht mehr auf die Sonderzeichen eingewiesen, weil eben die Länge des Passworts von über 25 Zeichen das Ganze absichert. Und dann kommen wir noch zu Phishing. Ich kann mich noch erinnern, früher, als ich noch die ersten Phishing-Mails bekommen habe, da war das noch relativ leicht zu erkennen. Da waren viele Schreibfehler. Du musstest es sofort, ja. Ja, absolut. Schreibfehler, Grammatikfehler, generell einfach schlechte Sprache. Das ist heutzutage nicht mehr so. Auch bevor KI schon kam, haben sich diese Angriffe immer weiterentwickelt und waren auch schon immer professioneller. Durch KI, dadurch, dass man das Ganze jetzt einfach künstlich generieren lassen kann und auch auf endlos viele Sprachen übersetzen lassen kann, ist es natürlich nicht mehr so, dass es so leicht ist, da irgendwie hinten reinzuschauen. Da ist es dann wichtig, sich selbst absolut abzusichern, indem man halt einerseits darauf achtet, wer der konkrete Absender ist, wer dahinter steht. Da hilft es manchmal, auf die absendende Mailadresse zu schauen. Generell ist aber das Einfachste und das Sicherste, wenn man sich einfach mit der Gegenseite in Verbindung setzt und abklärt, ob das auch wirklich korrekt ist, was da kommt. Da ist es wichtig zu sagen, wenn eine Mail… Über eine hoffentlich noch andere E-Mail dann und zwar nicht die, die da kamen. Ja, natürlich. Einerseits das und das Beste sind natürlich auch alternative Kommunikationswege. Wenn ich eine Mail bekomme von der Sparkasse, wo drin steht, klick bitte auf diesen Link, weil du dein Konto aktualisieren musst, dann bietet es sich einerseits an, vielleicht bei meiner Sparkasse anzurufen von der Nummer, die ich bereits schon kenne, die Sparkasse zu kontaktieren generell. Oder auch einfach nicht auf den Link von der E-Mail zu klicken, sondern selbst die Webseite der Sparkasse zu besuchen, die ich selbst schon kenne, wo ich selbst regelmäßig unterwegs bin und da einfach in meinem Profil zu schauen, ob da irgendwas ansteht. Da möchte ich auch nochmal kurz betonen, es bringt natürlich nichts, den Browser zu öffnen und dann den Link aus der E-Mail da rein zu kopieren, sondern man muss wirklich die bekannte Adresse von sich selbst benutzen. Neu anfangen. Ja, absolut. Ja, also Punkt eins und Punkt drei auf jeden Fall Phishing, sich selbst aufklären zum ersten und Punkt drei dann die Passwörter möglichst sicher gestalten. Punkt zwei finde ich für den Verbraucher und die Verbraucherinnen am schwierigsten, diese Software am Laufen zu halten oder auch Schwachstellen zu entdecken, weil das ist ja natürlich also für alle, die zu Hause sich den Router anschließen, die wenigsten starten irgendwelche, suchen nach Sicherheitslücken. Wie kann man sich dort vor Angriffen schützen? Gibt es da Möglichkeiten zu sagen, okay, du brauchst auf jeden Fall Programme, du brauchst auf jeden Fall, musst dich informieren über neue Sicherheitsstandards oder ist man bei Punkt zwei tatsächlich dem aktuellen Stand der Technik ein bisschen ausgeliefert? Generell ist es so, also alles fängt schon mal damit an, dass man einfach die Updates von der Software regelmäßig durchführt. Gut, damit geht es schon mal los. Die Unternehmen haben da natürlich ein großes Interesse dran, ihre Schwachstellen zu überdecken und eben keinen Zugriff zu ermöglichen. Das ist natürlich erstmal das A und O. Wenn man dann ein bisschen technisch affiner ist und selbst in die Einstellungen eintauchen möchte und schauen möchte, was man alles besser machen kann, dann hat das BSI dann eine ganze Liste von Empfehlungen, besonders für Smart Home Geräte. Da geht es erstmal darum, schon beim Kauf darauf zu achten, wer verkauft dieses Produkt und wie wird das überhaupt langfristig unterstützt. Das ist die Problematik, wenn ich ein Produkt kaufe und es bekommt keine Updates, es ist ein Leben lang auf dem Stand vom Einkauf, dann werden Schwachstellen entdeckt, die können niemals gepatcht werden und damit ist man im Prinzip den Rest von der Nutzungsdauer angreifbar. Deswegen ist es wichtig, sich zu informieren, dass vorher auch der Hersteller das Gerät langfristig noch mit Updates unterstützt. Dann geht es weiter erstmal mit der Absicherung von der Entität, die das Heimnetzwerk mit dem restlichen Internet verbindet. Da geht es um die zentrale Firewall im Router. Da muss natürlich die Firewall aufgebaut sein und natürlich auch aktiviert sein. Dann hatten wir das schon, keine Standardpasswörter benutzen. Wenn man dann auch gerade noch weitergeht, das ist jetzt vielleicht nicht für die Zahnbürste relevant, aber für andere weitere Geräte und auch für Konten, die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine superschöne Erfindung. Die macht das Ganze für die Täter erheblich schwieriger, erheblich komplexer, nicht unmöglich. Hundertprozentige Cyber-Sicherheit ist nicht möglich, aber erhöht die Sicherheit auf jeden Fall weiter. Und dann kommen wir noch zum Thema Verschlüsselung in der Kommunikation, besonders im Heimnetzwerk, wenn da alle Geräte miteinander kommunizieren und man nicht will, dass da irgendwie der Datenverkehr mitgehört oder sabotiert wird, ist verschlüsselte Kommunikation große Hilfe. Zum Beispiel, ich denke da als Apple-Userin öfter mal auch drüber nach, brauche ich eigentlich zum Beispiel für meinen Mac einen Virenschutz. Also wenn du sagst, es gibt halt Produkte, die sind eben schon sehr in eigenen Netzwerken drin, ist es dann vielleicht eher ein Fehler, da noch weitere Programme zum Schutz dazuzuladen? Hast du das Gefühl oder würdest du sagen, da muss man eben von Produkt, von Programm zu Programm schauen und sich sozusagen das Beste zusammenpuzzeln? Oder kann man auch vertrauen, okay, es gibt Hersteller, die bieten das an, bleibt bei diesen Herstellern, die in ihrer eigenen Bubble sind? Konkrete Empfehlungen zu Herstellern sind natürlich immer schwierig und auch konkret auf einzelne Hersteller einzugehen, wie sicher die sind, das machen wir nicht. Das macht aber das BSI und die haben da auch schon ein paar Veröffentlichungen, die empfehlen, diverse Produkte zum Beispiel nicht zu benutzen. Bei Antivirenprogrammen generell ist es so, man muss sich ein bisschen die Vorteile und die Risiken abwägen. Vorteile mag natürlich sein, erhöhte Sicherheit, man kommt nicht an die 100 Prozent ran, aber das Virenprogramm kann natürlich ein Schritt in Richtung der 100 Prozent sein. Auf der anderen Seite stehen aber die Risiken. Und zwar lädt man sich dann ein Programm runter, was im Prinzip Zugriff auf den gesamten Rechner hat. Das heißt, Zugriff auf alle Dateien, das kann alles sehen. Wenn das von einer vertrauenswürdigen Entität kommt, kann das kein Problem sein. Wenn diese Entität dann aber irgendwie kompromittiert wird, da sind wir wieder bei Supply Chain Attacks oder auch bei Eingriffen von staatlichen Entitäten, die Einfluss auf diese Firma nehmen, dann liegt man da natürlich ziemlich brach da und stellt sich ziemlich offen der Bedrohung gegenüber, weil man eben diesem Programm Zugriff auf all seine Daten gegeben hat. Dementsprechend ist es für jeden einzelnen Nutzer, glaube ich, wichtig zu entscheiden und selbst abzuwägen, will ich das Risiko eingehen, ist es mir die zusätzliche Sicherheit wert. Okay, je mehr kann also auch je mehr Angriffsfläche bedeuten in dem Fall. Absolut und besonders bei Antivirenprogrammen, die so einen allumfassenden Zugriff haben, besteht ein sehr großes Risiko. Beim Beispiel Apple waren wir jetzt. Würdest du sagen, dann dort überhaupt gar keine Schutzprogramme zu installieren? Das würde ich absolut nicht sagen. Ich möchte nur dafür abstimmen, dass man das eben diversifiziert betrachten muss und dass man sich vielleicht mit den Produkten ordentlich auseinandersetzen sollte, bevor man eine Entscheidung trifft. Zum Thema Unternehmen und Haushalte und Cyberangriffe. Kann man sich eigentlich so eine Art Notfallplan auch als Privatperson erstellen? Also für Unternehmen gibt es ja sowas. Gibt es Cyberangriffe? Kann man Dinge abtrennen, vom Netz nehmen? Gibt es sowas auch für Haushalte? Also kann man sich für den Fall eines Cyberangriffs irgendwie einen Notfallrucksack erstellen, was man machen sollte? Was sollte in diesem Rucksack drin sein? Also Notfallpläne generell sind schon mal immer eine Möglichkeit. Die variieren aber natürlich auch je nachdem von dem, was man selbst im System hat. Wichtig wäre es erstmal, wenn ein Gerät betroffen ist, dieses Gerät aus dem Netzwerk zu trennen. Einfach, dass sich der Schadcode nicht weiter verbreiten kann, falls da irgendwas mit einprogrammiert ist. Also die Isolation und dann das professionelle Beheben davon. Konkrete Empfehlungen muss man sich aber selbst informieren, weil jedes Produkt auch andere Tücken hat und natürlich andere Gefahren wird sich bringen. Ich habe vorhin auch schon von euren Cybercrime-Kommissariaten gesprochen und euer Chef, der LKA-Chef in Rheinland-Pfalz, der setzt sich auch für künstliche Intelligenz bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität ein. Wie genau funktioniert das denn? Künstliche Intelligenz bei der Polizei ist erstmal so wie künstliche Intelligenz generell noch Subjekt der Forschung. Es ist schon in der Anwendung, ist schon in der projektbasierten Anwendung, also dass eben daran geforscht werden kann, ist aber noch nicht flächendeckend ausgebreitet. Das liegt auch daran, dass künstliche Intelligenz diverse Risiken mit sich bringt, die für eine Sicherheitsbehörde natürlich nochmal deutlich schwieriger sind, um damit umzugehen. Konkret bei uns, was jetzt der erste große Durchbruch oder der erste Durchbruch für KI war, ist der Umgang mit Schuhspuren. Da gehen wir mal kurz aus der Cyberwelt raus zu einem Deliktsfeld, was aktuell in der realen Welt eine sehr große Rolle spielt. Das sind Geldautomaten-Sprengungen. Dadurch, dass die Täter da hochprofessionalisiert sind und schnell handeln, ist es schwierig für die Polizei hinterherzukommen, aber natürlich nicht unmöglich. KI bietet da die Möglichkeit, Spuren und Spurenteile aufzugreifen und auszuwerten und dementsprechend effizienter den Tätern hinterher zu eifern. Du hast vorhin auch ein paar Projekte erwähnt, in denen ihr die künstliche Intelligenz testet, anwendet. Kannst du uns darüber noch was erzählen? Was sind das für Projekte? Weitere Projekte, was die KI angeht, das sind ganz grundlegende Sachen. Erstens mal die Massendatenauswertung. Die spielt auch im Bereich Cybercrime eine große Rolle. Da kriegen wir Massen an Daten von Servern, Logdateien von betroffenen Unternehmen. Und aus diesen Massendaten gilt es dann erstmal, Erkenntnisse irgendwie rauszuziehen. Das ist für Menschen extrem schwierig, für KI aber auf jeden Fall möglich und ein Anwendungsthema. Da ist aktuell KI ein großer Fortschritt in Aussicht. Hast du das auch schon mal in der Praxis irgendwo mitbekommen, dass ihr tatsächlich KI-Tools genutzt habt, die euch bei Ermittlungen geholfen haben? Nein, noch nicht konkret selbst. Was würdest du denn vorstellen, wo das irgendwann mal hingeht? Also kannst du dir so ein Szenario vorstellen, okay, irgendwann in der Zukunft ermitteln wir gemeinsam mit künstlicher Intelligenz. Wie könnte das aussehen? Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig betrachten. Aktuell ist KI natürlich sehr im Hype. Das heißt, es ist jetzt leicht zu sagen, KI wird alles revolutionieren und wird uns unverwundbar machen. Das ist natürlich wichtig, das Ganze dann ein bisschen realistischer zu betrachten. Ein Thema dabei ist Predictive Policing, wo die USA und Großbritannien jetzt gerade vorwärts gehen. Da geht es darum, im Prinzip KI zu benutzen, um vorher schon potenzielle Gefahren zu erkennen. Das ist ein Beispiel dafür. Das hört sich jetzt alles super schön an. Problematisch ist aber, dass es mit immensen Rechten, mit immensen Eingriffen in die persönlichen Rechte verbunden ist. Da gibt es auch einen Gerichtsspruch jetzt von, oder eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, der das Ganze in Deutschland ein bisschen unterbindet. Und das ist so ein klassisches Beispiel davon. Man sieht die Welt, man sieht, was alles möglich ist. Man sieht nur das Gute, beachtet aber gar nicht, was dafür vielleicht erforderlich ist. Und prischt damit vielleicht dann in Gebiete voran, die ein bisschen mehr Nachteile mit sich bringen, als man eigentlich denkt. Wie würdest du dir denn eine realistische Nutzung von KI in der Zukunft vorstellen bei der Polizei? Realistische Nutzung sehe ich so, wie wir es aktuell machen. In extensiver Forschungsarbeit, in Zusammenarbeit mit Experten, die das ganze Thema diversifiziert betrachten, wo die Erprobung oder wo der Nutzen von KI ordentlich erprobt wird. Bei KI, bei der Polizei ist es aktuell so, dass ein sehr großer Fokus bei uns darauf gelegt wird, dass die KI lediglich unterstützend dient und nicht ersetzend für Ermittler. Dass man an dem anderen Ende immer noch mal Menschen hat, die die Ergebnisse verifizieren, um eben auch Halluzinationen vorzubeugen. Und die eben die KI, wenn überhaupt, als eines der vielen Werkzeuge benutzen, das ihnen zur Verfügung steht. Und da sehe ich auch den Weg in der Zukunft hin. KI als Unterstützung, als unterstützendes Werkzeug, als arbeitserleichterndes Werkzeug, als auch Werkzeug aus der Erhöhung der Effektivität, der Kriminalitätsbekämpfung dient, aber nicht als Ersetzen von anderen, mehr normaleren Methoden, sag ich mal. Du hast die USA und auch Großbritannien angesprochen. Wie ist das denn generell in anderen Ländern? Sind die bei diesen Themen, bei der Bekämpfung, beim Forschen mit KI schon weiter? Gibt es da Zusammenarbeit? Weil gerade Cyberkriminalität ist ja oft grenzüberschreitend. Was Cyberkriminalität generell angeht, gibt es extensive Zusammenarbeit. Da sind Methoden eingerichtet, man hat Europol, Interpol, diverse bilaterale Kooperationen. Da ändert KI nichts dran, dass Kooperation und Kommunikation da ein extrem wichtiger Faktor ist. Und beim Nutzen von KI? Also man kann sich nicht mehr verweigern gegen die Vorteile, die KI bringen kann. Und ich glaube, da ist jedes Land dran beteiligt. Was da jetzt konkrete Kooperationen angeht zwischen Ländern, kann ich aber nichts zu sagen. Gibt es denn andere Länder, die KI in ihren Ermittlungen schon nutzen? Kennst du da einige? Also du hast eben Predictive Policing angesprochen bei den USA und in Großbritannien. Gibt es da noch andere Dinge? Dazu kann ich auch nichts sagen. Ich weiß nicht, was die anderen Behörden in anderen Ländern machen. Aber wie gesagt, ich kann mir denken, dass sie da auch absolut nicht hinterherfallen wollen und sich bemühen, vorne mit dabei zu sein. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie KI bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität zukünftig funktionieren könnte. Wie wird sich denn Cyberkriminalität selbst in den nächsten Jahren verändern? Das ist eine interessante Frage. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, um zu schauen, wie sich die Cyberkriminalität in Zukunft entwickelt wird, dann erkennt man besonders bei so Phänomenen wie DDoS ein wellenartiges Muster. Um 2013 war DDoS mal ein großes Thema, ist zwischendurch dann abgeflacht und jetzt im Kontext mit dem Ukraine- und Russland-Konflikt noch mal wieder aufgetaucht und plötzlich doch wieder sehr relevant geworden. Das kann natürlich auch so sein bei anderen Phänomenen. Meine persönliche Meinung, was Ransomware angeht, ist ein Gebiet, was aktuell für die Täter am lukrativsten ist. Die Polizeien und Behörden bemühen sich, da die Taterträge deutlich einzuschränken. Und wenn das weiter so geht, dass irgendwann keine Taterträge mehr dadurch generiert werden können und dass die Zerschlagung dieser Strukturen auf Täterseite effektiv stattfindet, dann kann ich mir denken, dass das Phänomen ein bisschen wieder abebbt. Aber die Täter bereiten sich darauf natürlich auch vor und setzen auch Maßnahmen ein, um irgendeine Effektivität von diesen Angriffen zu erhöhen. Wenn wir von Ransomware sprechen, was früher so, die Daten der Unternehmen wurde verschlüsselt und dann wurde ein Lösegeld gefordert. Mittlerweile geht es da schon in Richtung von Double- oder Triple-Extortion, wo dann nicht nur die Daten verschlüsselt werden, sondern auch noch vorher abgezogen werden. Sodass man dann einmal sagt, okay, wenn du Geld bezahlst, kriegst du einmal deine Daten zurück. Aber andererseits hinderst du uns auch daran, die Daten zu veröffentlichen. Und wenn wir dann im Bereich Triple-Extortion gehen, dann wird das Unternehmen zeitgleich noch von DDoS-Angriffen attackiert. Also die Täter tun da auch alles, um den Druck auf Unternehmen zu erhöhen und um ihre Forderungen immer effektiver zu gestalten. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir in nächster Zeit sehen können. Der Druck auf Unternehmen wird größer. Die Notwendigkeit, auf IT-Sicherheit zu achten, wird immer größer. Und man kann sich immer weniger der Tatsache verschließen, dass das Unternehmen irgendwann Opfer wird und muss dann halt damit umgehen, wie man diese Angriffe dann möglichst gut eindämmen und möglichst gut damit umgehen kann. Siehst du auch eine steigende Gefahr für die kleinen Verbraucherinnen und Verbraucher und nicht nur die großen Unternehmen? Generell ist es erstmal so, man hat jetzt erstmal die Entwicklung gesehen. Früher hat Cybercrime, da wurden noch Einzelrechner verschlüsselt. Das sieht man heutzutage eher weniger. Es kann sein, dass es so ein Wellenphänomen ist, was in Zukunft dann irgendwann wieder auftaucht. Generell muss man aber natürlich sagen, bei einer Einzelperson gibt es deutlich weniger Geld zu holen als bei einem großen Unternehmen, was deutlich zahlungskräftiger ist. Und wenn man da besonders mal in den Aufwand reinschaut, den man braucht, um ein Netzwerk einzudringen, ohne jetzt irgendwelche Standardmethoden zu benutzen, dann lohnt es sich schon erst, wenn man da auch einen bedachtlichen Betrag rausziehen kann. Bedrohungen für Einzelpersonen sind aber natürlich nichtsdestotrotz nicht ausgeschlossen. Besonders mit der Vernetzung, mit dem Gang ins Internet of Things, macht man sich mehr angreifbar. Und einerseits für die Einbindung in Botnetze, aber andererseits auch auf diverse Spionageangriffe. Das muss man sich natürlich auch bewusst sein. Besonders eben, wenn man sich selbst nicht mit der Sicherheit von so Geräten beschäftigt und dementsprechend dann durch Standardpasswörter, durch nicht gepatchte Schwachstellen sich angreifbar macht. Also dann da neben der steigenden Intelligenz an Angriffen auch der steigenden Intelligenz an Sicherheit vorbeugen. Absolut. Zum Abschluss wollte ich dir noch die Frage stellen, glaubst du, wird unser digitales Leben sicherer in der Zukunft oder unsicherer? Das ist im Prinzip ein Wettrennen. Die Täterseite funktioniert, versucht immer weiter, neue Methoden zu bauen und versucht, das Leben immer unsicherer zu machen. Aber die Seite der Nutzer wird auch immer bewusster gegenüber der Gefahr, entwickelt sich auch ständig weiter. Wenn wir über KI sprechen, die irgendwie Malware programmieren kann. KI kann genauso gut ein Antivirenprogramm eingesetzt werden, um diese Systeme eben effektiver abzusichern. Ich denke, die Risiken werden auf jeden Fall zunehmen. Einfach dadurch, dass man sich mehr Technik in sein Leben holt. Aber durch die Entwicklung auf der sicherheitstechnischen Seite kann man diesen Risiken eben gegenübertreten und so möglichst sicher in die Zukunft gehen. Hoffen wir, dass die Sicherheitsseite das Wettrennen gewinnt. Hoffe ich auch. Dankeschön, Janis Wontschik vom LKA in Rheinland-Pfalz. Wie findet ihr denn Gespräche vom Podcast Übermorgen in voller Länge? Schreibt uns bei podcast.inside.digital oder auch bei Instagram at insight-digital. Und vielleicht gibt es ja dann in zwei Wochen schon das nächste Gespräch oder Interview in voller Länge hier bei Übermorgen. Bis zum nächsten Mal.